Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Bei diesem Video ist mal wieder ein Malheur passiert. Der Akku vom Handy war voll. Ich hatte vergessen, dieses Video-Bearbeitungsprogramm mal wieder zu leeren. Und deshalb wird er gleich einen großen Sprung sehen. Heute habe ich mich wieder für einen der Feiertage bei den kuriosen Feiertagen entschieden. Und zwar für den Vergiss-Mein-Nicht-Tag. Der Grund dafür ist dieser. Ich mag gerne Vergiss-Mein-Nicht-Blumen. Und deshalb zeichne ich auch ein paar davon. Es war ein bisschen schwierig, fand ich. Aber na gut, ich habe mein Bestes gegeben. Und wer hat den Tag ins Leben gerufen? Und zwar ist es ein US-amerikanischer Richter, der im Jahr 1921 diesen Tag ins Leben gerufen hat. Dieser US-Amerikaner ist 1918 schwer verwundert worden und als Veteran in sein Heimatland zurückgekehrt. Und hat im Jahre 1921 eine Aktion gestaltet, in dem durch den Verkauf von Vergiss-Mein-Nicht-Pflanzen Spenden für sein Anliegen gesammelt worden sind. Und zwar ist er Mitbegründer des Vorsitzes für Veteranen sozusagen, die im Weltkrieg verletzt worden sind. Genau. Und dieser Tag fällt nicht zufällig auf den 10. November. Das ist der Tag, an dem er schwer verwundert worden ist. Und deshalb hat er diesen Tag gewählt. Und ich fand es heute relativ schwer, diese Blumen zu zeichnen. Tada! Und schon sind alle fast gezeichnet. Mit den Buntstiften bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen. Es kann natürlich auch sein, dass das Papier nicht optimal dafür ist. Es ist ja sowieso nicht. Und deshalb sehen die nicht ganz so schön aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man kann sie so einigermaßen als Vergisse mehr nicht erkennen. Und da ich dachte, es ist zu langweilig, wenn ich da einfach nur ein paar Blümchen hinmale, habe ich da auf jeden Fall noch eine rote Schleife drum gemacht, damit es ein bisschen hübscher aussieht. So, der Tag hatte also mehr historisch gesehen militärische Wurzeln. Und dieser Tag kann natürlich auch dafür genutzt werden, um sich an verstorbene Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte zu erinnern. Und vielleicht auch mal die Gelegenheit zu nutzen, mal wieder mit denjenigen in Kontakt zu treten, von denen man lange nichts gehört hat. Denn dafür steht die Vergiss mal nicht, Blume ja, dass man nicht vergessen soll. Klar darf man nicht alles im Kopf behalten und einiges muss vielleicht auch vergessen werden. Aber wenn es um Personen gibt, die ein Viel bedeutet haben, sollten sie nicht in Vergessenheit geraten. Das war es für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.